Ich schwor, die Erde zu schützen. Doch für ihre Sicherheit muss ich weiterdenken. Raniacs Schiff ist eine Superwaffe. Doch in meiner Hand kann es noch viel mehr. Millionen Zivilisationen erwarten ihre Wiedergeburt aus der Sam. Ich werde ihre mutigsten und stärksten Krieger suchen und ein neues Regime. Nein, eine neue Legion drin. Die Legion der Superhelden. Damit bringe ich Frieden auf die Erde und in das gesamte Universum. Und alle Universen, die dahinter liegen.